Sie sehen hier ein ZEPAP-Gerät, es ist verbunden, das Gebläse mit dem Steuerungsteil über einen Schlauch zu einer Maske. Diese Maske muss dicht über die Nase des Patienten appliziert werden, das Maul muss geschlossen sein, damit die oberen Atemwege von dem positiven Atemwegsdruck profitieren können. Sie sehen auch, wenn man es anstellt, wenn die Maske dicht ist, ist das sehr leislich, man hört praktisch nichts. Darum sind auch häufig Partner von unseren schnachenden Patienten sehr begeistert von dieser Behandlung, weil auch das Schnachgeräusch vollständig verschwindet, zusammen mit dem Verschwinden auch von den Verleckungen der Atemwege, sodass die Patienten nicht mehr gestört werden durch die Atempause und am Morgen besser ausgerubert können verwachen.